Eine echt schöne Sache, muss ich sagen. Wenn das Laufen nicht wäre, dann... Nein, Quatsch. Warte mal, die Charity-Laufwoche ist vom 1. bis 10.10. zugunsten des Bundesverbandes Kinderhospiz. Das hat doch dann angefangen schon, oder? Ja, ich muss eigentlich laufen. Du hast recht, das war eigentlich gestern angefangen. Kannst du mir bitte den Link zusenden? Das heißt, wie viel du läufst, so viel wird dann zusammengespart, oder wie?